Wer in Österreich mit Gerichten oder mit Behörden zu tun hat, bekommt gelegentlich Post von diesen. Das ist nicht irgendeine Post, sondern das ist rechtlich betrachtet die Zustellung eines gerichtlichen oder behördlichen Dokumentes. Die Zustellung kann elektronisch oder postalisch erfolgen und genau mit dieser postalischen Zustellung an einer Abgabestelle wollen wir uns in der aktuellen Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und in Graz. Behördliche und gerichtliche Dokumente werden nicht einfach mit der Post verschickt, sie werden zugestellt. Die Zustellung an sich ist ein verfahrensrechtlich streng geregelter Vorgang. Er ist im Zustellgesetz geregelt. Das Zustellgesetz gibt also den Rahmen vor, wie Gerichte und Behörden hier vorzugehen haben. Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder der Adressat ist bei einem sogenannten Zustelldienst angemeldet, dann kriegt er eine E-Mail-Benachrichtigung, kann sich sein Dokument von einem Server selber abholen. Oder aber er ist nicht bei einem Zustelldienst angemeldet, dann erfolgt die Zustellung postalisch. Eine postalische Zustellung darf aber nicht einfach an irgendeine Adresse erfolgen, sondern die muss an eine sogenannte Abgabestelle erfolgen. Die Abgabestelle ist auf jeden Fall einmal der Wohnsitz des jeweiligen Adressaten, kann aber auch einfach nur die sonstige Unterkunft sein, eine Betriebsstätte, der Geschäftsraum sein, kann die Kanzlei eines Parteienvertreters sein, kann sogar der Ort sein, an dem die behördliche oder gerichtliche Amtshandlung durchgeführt wird. Das heißt, ich könnte im Falle der Amtshandlung auch das Dokument schlichtweg in die Hand gedrückt bekommen. Alles das ist eine Abgabestelle. Zustellungen, die nicht an einer Abgabestelle erfolgen, sind im Übrigen unwirksam. Das wäre dann die Konsequenz. Auf zwei Dinge muss man ganz besonders achten im Zusammenhang mit der Abgabestelle. Zum einen, ich kann ortsabwesend sein, ich bin beispielsweise auf Urlaub oder sonst etwas, dann wird mir das Dokument hinterlegt. Da kriege ich diesen berühmten gelben Zettel in meinen Postkasten oder mein Dienstgeber kriegt den gelben Zettel. Aufpassen muss man hier insbesondere deswegen, weil bereits mit der Hinterlegung bestimmte Fristen, die durch dieses zuzustellende Dokument ausgelöst werden, eben schon zu laufen beginnen können. Das zweite, auf das man achten muss, ist die Änderung der Abgabenstelle. Bin ich in einem Verfahren, dann muss ich eine Änderung der Abgabenstelle der Behörde oder dem Gericht bekannt geben.